Kevin, wenn du keinen Bock hast, dich zu bewegen, dann geh doch zum Tischtennis! So, ihr Kanonenkoppe, frohes Neues. Meine Prognose für 2021, mehr Lockdowns als Schalke-Siege. Die Schalke-Spiele haben ja aktuell so ein Bewegungsradius von 15 Zentimetern. Hermann, frisst du doch einmal eine Mozart-Kugel, dann spielst du ab nächster Woche Geige! Stell dir mal vor, Schalke 04 wäre Single und ist bei Tinder. Hat 30 Matches und kriegt nicht eins. Da hilft auch kein Elite-Partner, da wird selbst ein Puff schwer. Immerhin haben sie jetzt die Kohle vom Tönnies abgelehnt. Der kann denen aber ja noch ein schönes Hygienekonzept entwerfen. Ferdinand, du stellst dich beim Kopfball an, wie so ein Pfarrer beim Flirten! Nur mal ganz kurz Schalke in Zahlen. Der e.V. hat Schulden in Höhe von 240 Millionen. Die haben Landeshilfen beantragt, 31,5 Millionen. Jedes Team, was in 14 Spielen keinen Bundesligasieg geschafft hat, ist abgestiegen. Letzter Schalke-Sieg, 17.01.2020, 2-0 gegen Gladbach. Und jetzt kommt das Tasmania-Ding, wo sie den Rekord einstellen. Jetzt verkackt das nicht auch noch. Holt euch das Ding. Sportwetten und ich helfen euch. Wenn Schalke nicht gewinnt, gibt es eine Spende. Je Siegwette auf Schalke, 1-Euro-Spende von sportwetten.de für S04. Komm, mach da jetzt mit. Ja, dem Kohl ist eben entscheidend im Pott. Aber keine Sorge, dem Schneider kriegt das Geld nicht. Der kauft nur wieder irgendwelche Söldner, die ihr eh nicht gebrauchen könnt. So wie den Bentaleb, wo du nur sagen kannst, Bentaleb, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison! Mann, ey. Weil ich so ein großes Herz hab, ne. Gib für die Aktion von mir gleich mal die ersten 100 Euro. Ja, der sieht 50, weil dem Acki schuldet mir noch 50 und die klopp ich dann noch oben drauf. Mann, ey. Ja, das ist echt. Gib dir und denk ich, warum steckt der mir dann da 50 Euro in die Tasche? Das soll ich jetzt für euch machen, dann macht doch gleich ein 100er. Kevin, komm raus da jetzt! Für dich stelle ich einen Sturm Schneemann. Der hält jedenfalls eine Rübe hin. Ja, top Bedingungen heute, ne. Schnee auf dem Platz. Jetzt weißt du ja nicht, wie hoch das ist, ne, das Ding. Geht der Stefan vorhin hin, ne, zieht sich die Hose runter, hält den Loris rein und sagt, das sind 12 Zentimeter. Philipp, was war denn das für ein Schuss? Der ist ja komplett verhungert. Wirft der Pille doch noch eine Currywurst hinterher. Ja, und in Stuttgart, ne, geil. Da läuft es beim VfB mal einigermaßen rund und dann kommt der Hitzlsperger. Und sagt, nee, nee, Vorstandsvorsitzender reicht mir nicht, Präsident will ich auch noch werden. Geht eigentlich gar nicht, ne, rein von den, weiß weiß ich, von den Gremien. Es ist dann aber so, ist der Präsident und Vorstandsvorsitzender, dann kontrolliert er sich selbst. Wir hatten das im Verein einmal hier, 1957, dem Hermann, sein Vater, war Spielertrainer. Der ist immer vom Tor und der Trainerbank während dem Spiel hin und her gelaufen. Ferdinand, wie lässt du dich denn fallen? Bist du Colt Sievers, der anderen Stuntman? Ja, und bei Hertha, ne, da beschmeißt der Labbadia den Kunja oder Kuna mit anderen Spielern. Also mit einer Flasche. Aber vielleicht war es ja diesmal so, dass der Kunja, oder Kunja, was mit der Ollen vom Labbadia hatte. Ich sag ja immer, stocher nicht mit der Wünschelrute auf dem Firmengelände rum. So Ferdinand, komm runter! Acki, wo ist eigentlich der Acki, ey? So eine Scheiße da. Komm, Flocke, mach dich warm.